In meiner Praxis bewege ich Muskeln, Gelenke, Nerven, Arme, Beine. Oft muss ich ganze Menschen in Bewegung bringen. Deswegen sind wir Menschen ein Anliegen, die es nicht immer ganz leicht haben, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen. In Berchtholzdorf habe ich in der Ortsgruppe der Grünen eine sehr bewegliche Gruppe gefunden und in der arbeite ich auch schon einige Jahre mit großem Vergnügen mit. Heuer möchte ich für die Grünen in Berchtholzdorf kandidieren, weil mir wichtig ist, dass wenn eine Mehrheitsentscheidung getroffen wird, dass man sich auch darum kümmert, was das für die jeweilige Minderheit für Konsequenzen hat. Ich bin sehr neugierig, was sich in Berchtholzdorf noch alles in Bewegung bringen lässt.